herzlich willkommen zu marktupdate live heute am mittwoch hier 14 uhr auf dem youtube kanal von kom direkt ich bin andres lipp und freue mich dass ihr dabei seid mit ton mit bild also heute mal reibungslos hoffe ich ich hoffe auch dass ihr eine ganze menge fragen mitgebracht haben die dürften garantiert vorhanden sein wenn ich mir so die marktereignisse in den letzten tagen ansehe dürften da doch viele unbeantwortete fragen offen bleiben die hoffe ich dann hier beantworten zu können wir uns für diejenigen die zum ersten mal dabei sind wie läuft das ganze ab wir haben mittwochs zwei teile ersten teils der allgemeine marktüberblick der reicht auch heute da können wir wirklich eigentlich schon bücher füllen mit und der zweite teil ist nämlich dann euer fragenteil da könnt ihr dann eure fragen in dem chat fenster neben dem video fenster stellen bzw habt ihr das vorher auch schon in die kommentarfunktion unter den videos jeweils getan habt ihr nämlich natürlich nach dem format jetzt hier ebenfalls die möglichkeit für die nächste sendung sprich entweder für morgen fürs klar schiff oder dann eben montag 17 uhr wo denn die flagship sendung ist wenn man so will entsprechende fragen mitzugeben und ich würde sie dann entsprechend reinnehmen aber ich würde vorschlagen ich sabbel jetzt gar nicht so viel sondern gehe gleich mal in medias res wir haben heute viele aussagen von notenbänkerinnen notenbankern wir haben nachher die usfett ganz ganz viele themen die heute wirklich unter den nägeln brennen und euch natürlich beschäftigen ansonsten sicherlich auch noch mal die eine oder andere frage zu unternehmen wie gesagt schreibt ihr in chat rein paar fragen sehe ich hier schon unter anderem zum beispiel von stefan und ansonsten würde ich vorschlagen lege ich gleich mal los und wir gucken als erstes natürlich mal auf den dax was hat der heute so schönes gemacht der hat sich eigentlich ganz gut in den letzten tagen gehalten und hat wieder mal relative stärke rausgepackt und da haben wir ein ganz interessantes phänomen momentan und zwar das was man oftmals auch bei den kleinen aktionären im jahr 2021 gesehen und kritisiert hat sieht man jetzt auch bei den institutionellen investoren und zwar 4 auf missing out das heißt jetzt ist wirklich eine situation war einfach viele marktteilnehmer so ein bisschen hin und her gerissen sind und nicht wissen okay warten wir noch ab wie sich die konjunktur entwickelt warten wir noch ab was die inflation weitermachen wird oder springen wir schon in den markt rein und antizipieren so ein bisschen also eine wirklich sehr sehr wichtige und schwierige situation derzeit und das sieht man halt genau daran dass eben die krisensituation oder die vermeintlichen stress situation an den märkten wirklich sehr sehr kurze durationen sehr sehr kurze halbwertzeiten oder laufzeiten haben und man eigentlich sofort wieder in ein neues ja wie soll man sagen sentiment reinkommt so ein bisschen wie eine bipolare störung könnte man schon fast sagen an den märkten und das sieht man alleine wenn man sich den dax in den letzten tagen ansieht am montag beziehungsweise letzte woche noch alles zu tode betrübt und heute schon wieder himmel hoch jauchzen wenn ich mir ansehe dass wir am montag hier reingekommen sind unter 14.500 und heute bei über 15.200 stehen das sind satte schlanke sechs bis sieben prozent die hier innerhalb von nicht mal drei handelstagen zugelegt werden ist das gesund so nein natürlich nicht das ist klassisch eben volatiles handelsverhalten da kann man eben auch schlecht antizipieren ob das eine nachhaltigkeit hat weil was passiert in diesen augenblicken da bleiben viele marktteilnehmer einfach an der seitenlinie stehen und gucken erst mal zu das heißt viel spekulativer charakter ist eigentlich in den märkten drin und das macht es wirklich schwer hier die wirklich wichtigen festen hände die sogenannten diamond hands wenn man so will in die märkte zu holen die stehen erst mal in der seitenlinie gucken sich das ganze an was wir hier haben ist so ein bisschen linke tasche rechte tasche spiel das heißt am montag verkaufen marktteilnehmer panikartig alle banken titel die werden dann zurückgekauft dann versucht man aus diesen zwingen situationen ein bisschen geld zu verdienen und das ist im endeffekt genau der punkt zwischen gemischt natürlich die nachhaltige nachfrage zum beispiel nach zyklischen werden weil dann doch der ein oder andere investor sagt hey also so günstig kriege ich vielleicht dann eine volkswagen covestro bsf vielleicht auch nicht mehr demzufolge packe ich die dann ein wenn der gesamtmarkt unter druck ist so ein bisschen die situation lässt sich also auch sehr schön auf den dax übertragen demzufolge hier also im wochenverlauf diese reaktion was wir heute sehen klassisches dämpfen des handelsverhalten das heißt wir warten natürlich jetzt auf die us fett die heute um 19 uhr 15 glaube ich entsprechend dann die zinsentscheidung bekannt geben wird und dann kommt neuer drive rein wir haben es aber schon gesehen wir haben auch in der von der ezb heute einige aussagen bekommen von frau lagart von herrn nagel die da entgegen dingen gewiesen haben hey moment das war noch nicht der letzte zinsschritt da könnten noch weitere folgen dann hat frau lagart gesagt im moment mal so schnell schießen die preußen auch nicht wir warten erst mal wir gucken uns die inflationsentwicklung an aber wir können schon mal sagen dass zumindest mal die inflationsentwicklung bei uns auf der agenda steht und wenn die weiter hoch bleibt beziehungsweise eine weitere dynamik aufzeigt dann werden wir auch an der zinsschraube drehen also es ging hier und da so ein bisschen einher dass sich das dann im bund future schön gezeigt hat im euro dollar verhältnis also da gab es wirklich heute für jeden trader wirklich eine anlageklasse beziehungsweise trading klasse wo man sich austoben konnte gucken wir mal nach amerika da sieht es nicht anders aus da war aber ein phänomen zu sehen auf das ich auch gleich gerne noch mal eingehe und zwar die diskrepanz zwischen alt economy und new economy werden die man da sehr schön gesehen hat und die eigentlich erst mal auch einige fragen offen lässt wir gucken uns mal als erstes den s&p 500 an der ist nämlich natürlich durch die finanzwerte doch relativ stark unter druck gekommen konnte sich aber dann auch wieder gut fangen langfristiger chart als erstes fünf jahre seht ihr so ein bisschen die situation in der wir uns momentan befinden was mir nicht so ganz gut gefällt ist tatsächlich hier diese diskrepanz zwischen diesen ja wie soll man seinen beiden verlaufshöchst kursen deutet nicht darauf hin dass wir die letzte erholung die wir am anfang 2023 gesehen haben wirklich als bullisches momentum sehen sondern dass man hier noch ein bisschen vorsichtig sein muss nichtsdestotrotz ich mache den chart mal ein bisschen größer und dann sieht man das noch mal ganz gut in den letzten tagen natürlich auch hier die extreme volatilität zu sehen 3850 punkten war das low 4000 dann das high 150 punkte gut ist jetzt nicht so ganz so fett wie im dax aber immerhin sprechen wir auch über vier fünf prozent innerhalb weniger handelstage so waren es in dieser form hier nicht drei sondern eine woche aber das sind teilweise ja wirklich schon jahres performance ist die wir hier sehen innerhalb von wenigen tagen die teilweise aktienkurse bzw aktien indizes über ein ganzes jahr in den letzten jahren vollzogen haben die sehen wir hier wirklich teilweise in wenigen tagen die s&p 500 unternehmen natürlich maßgeblich beeinflusst gewesen von den old economy werden gerade die banken titel viele von den in schlingern geratene banken geldhäuser wie die svb die silicon valley bank waren s&p 500 indexmitglieder sind jetzt natürlich raus entsprechend nachrücker rein das heißt auch so ein bisschen der charakter vom s&p 500 ändert sich marginal muss man natürlich sein weil die gewichtung von den finanzhäusern nicht mehr so groß ist hier sind es weiterhin die technologiewerte und da komme ich auch schon zu der nächsten wichtigen aussage die wir gesehen haben in den letzten tagen und zwar die finanzwerte waren tatsächlich die felsen in der brandung und das ist ganz spannend weil man eigentlich immer gesagt hat ja das sind sensitive branchen die werden jetzt erstmal nicht aus dem knick kommen und da wurden sozusagen auch diese ganzen auguren und schwarzseer doch eines besseren belehrt und wenn ich mir so eine entwicklung hier vom nestek angucke in den letzten tagen wir machen nochmal den langfristigen chart fünf jahren dann seht ihr das die situation ähnlich natürlich wie im s&p 500 hier sieht es aber ein bisschen bullischer witzigerweise aus weil wir ich so mal rein hier momentan dabei sind das letzte verlaufshoch tatsächlich richtig bravour einzuholen und das könnte zumindest mal wenn man wieder langfristig reingeht zumindest bedeuten dass wir in diese großregion hinaufsteigen können auch insgesamt gefällt mir der nestek eigentlich wesentlich besser weil wir einfach hier eine schöne bodenbildung in diesem bereich sehen auch nach wie vor hier auch dieses zwischenverlaufstief was wir sehen so ein bisschen auch höher ist als das letzte panikverkaufstief aus dem juni also es gibt viele indikationen dafür dass die technologiewerte tatsächlich jetzt hier eine nachhaltige trendwende einläuten können auch wenn die vielleicht noch mal ein paar wochen ins land ziehen lässt aber zumindest für technologiewerte sieht es wieder gar nicht so schlecht aus wir suchen mal ein bisschen rein dann sieht man hier diesen steilen aufstieg gute 900 punkte innerhalb von einer handelswoche das ist eine gute ansage da lässt sich einiges drauf her und ableiten man sieht also hier wirklich kaum auch rückschläge gerade zum wochenbeginn war das wirklich fast überhaupt nicht vorhanden also selbst wenn man davon ausgegangen wäre dass die bankenkrise in irgendeiner form eben natürlich eine gewichtigkeit hat ist die sozusagen spurlos an den technologiewerten vorbeigegangen man kann sogar hier so ein bisschen mit dem krückstock oder mit dem dünnen lineal sehen dass hier so ein kleiner aufwärtstrend vorhanden ist so damit bin ich durch im schweinsgalopp durch den ersten teil durch also auch viele viele themen viele viele interessante paradigmen wechsel die wichtig sind gerade für euch zuschauer für uns anleger generell teils technologiewerte sollte man tatsächlich wieder ein bisschen auf der agenda haben denke hier fokussiert natürlich auf die großen werte und ich gucke mal was ihr mir schönes hier in den chat reingeschrieben habt ich habe schon gesagt der stefan war ich schon ganz fleißig richtung ob die kurse falls gehe ich okay bonovia gehe ich gleich noch mal darauf ein kann ich verstehen auch wenn jetzt hier die ein oder anderen natürlich kolportieren werden ja die sind so oft dran gewesen aber es ist natürlich momentan auch ein thema das muss man ganz klar sagen ich kann das verstehen dass man die situation schwer einschätzen kann ich gehe da gleich noch mal darauf ein ubs gehe ich gern darauf ein und genau also wir haben ein paar schicke werte würde ich vorschlagen lege ich gleich mal los ich nehme noch mal die bonovia und wie gesagt jetzt bitte nicht nölen und sagen ja die waren schon mal dran die gesamte situation sieht halt so aus dass wir bei der bonovia ein unternehmen haben was in den letzten jahren ein großes immobilienportfolio aufgebaut hat durch vor allen dingen wohnimmobilien in berlin und das sind eben wirklich vier fünfhunderttausend wohnungen die da im endeffekt im portfolio von der bonovia schlummern der punkt ist der dass die bonovia relativ aggressiv bei den zuschreibungen vorgegangen ist in den letzten jahren das heißt der immobilienmarkt in berlin gerade speziell ist in den letzten jahren wirklich hochgekocht man konnte also wenn man da vor zehn jahren immobilien gekauft hat dann eben natürlich entsprechende zuschreibungen bei den werten vornehmen das hat bonovia getan jetzt passiert aber folgendes dass eine stagnation beziehungsweise sogar ein leichter rückgang in dem markt einfach zu abschreibungsbedarf führt das zweite ist dass bonovia auch zweierlei andere probleme hat zum einen ist es der mietendeckel in berlin der eben dafür sorge trägt dass im tier so ein bisschen der wachstum natürlich da und das wachstum dadurch natürlich extrem gedeckelt ist und der dritte oder beziehungsweise zweite wichtige aspekt ist der dass eben die die vorschriften zur energieeffizienten bau weil sie eben auch solche unternehmen treffen das heißt hier hat natürlich bonovia nicht nur unternehmen beziehungsweise nicht nur immobilien im portfolio die eben energieeffizienz klassen a bis c haben sondern tatsächlich auch einige die ein bisschen schlechter sind und die müssen eben jetzt nachgerüstet werden das kostet geld dieses geld kriegt man durch steigende mieten erstmal nicht mehr rein das sind also insgesamt ein konvolut beziehungsweise ein cluster an risiken was insgesamt vorhanden ist dann der nächste punkt ist der bonovia hat die dividende gekürzt und das problem ist im gegensatz zu einer lege immobilien zum beispiel die ende die die dividende komplett hat ausfallen lassen ist es so dass die lege das aus der position der stärke gemacht hat das heißt man hat hier vorher eine kapitallehung durchgezogen man stand bilanziell eigentlich ganz gut da und hat jetzt sozusagen die dividende ausfallen lassen um eben dann liquidität für potenzielle kaufmöglichkeiten parat haben zu können bei der bonovia scheint es eher so zu sein zumindest nach den analysten die sich das angesehen haben dass die bilanz situation dass er derzeit nicht wirklich zulässt eine dividende auszuschütten das heißt die die der vorstand beziehungsweise das management von bonovia hat eher agiert um die bilanz wieder ein bisschen mehr aufzupolieren was ja nicht schlecht ist und was langfristig sicherlich auch eine gute management entscheidung ist was aber darauf hindeutet dass das ein ganz anderer anlass ein ausschlagspunkt war in dem zufall gucken wir uns nochmal die bonovia chart an der ist nämlich heute auch noch mal durch ein statement von morgen stanley unter druck gekommen und da ist immer wieder wirklich der hinweis greift nicht in das fallende messer ich sagte es hier schon praktisch gebetsmühlenartig das gilt auch bei immobilientiteln hier ist wirklich bayern taub nicht angesagt die aktien sind nicht jetzt ungesinnt per se langfristig schlecht das meine ich nicht aber wartet doch einfach ab bis sich eine entsprechende bodenbildung in spiel ausbildet bei den aktienkursen konnte man jetzt vielleicht annehmen aber da zeigt sich auch noch zugleich wie wichtig es ist dann die position mit stop loss abzusichern ich muss hier mal ein bisschen runter zoomen das sieht man also hier sprich wenn ich hier davon ausgegangen wäre dass man hier eine bodenbildung annehmen kann und der kurs läuft hoch und ich bin vielleicht hier in dem segment irgendwo eingestiegen vielleicht bei 22 23 euro dann sichere ich doch meine position einfach ab wenn dieser mein szenario nicht mehr stimmt ich muss doch dann sozusagen nicht aushalten und diesen ganzen pain point hier im endeffekt vollends mit auskosten zumal man sieht es hier im handelsbegum es ist nicht wirklich schön es ist wirklich momentan abverkaufsdruck da das kann man ganz klar sagen das heißt hier den hellen zu spielen wird teuer ist teuer das heißt nicht dass man die bonovia jetzt nicht mehr auf der agenda haben sollte klar nehmt euch die auf die watchlist wartet bis beruhigung reinkommen da wird irgendwann eine beruhigung reinkommen und dann kann man sich solche unternehmen wieder im endeffekt ins depoligen aber eins kann man sagen es wird in diesem jahr garantiert nicht der fall sein dass die immobilienwerte wieder aussieren werden warum beeinflusst die fantasie fehlt die leitzinsen werden tendenziell angehoben ich habe es vorhin gesagt frau lagart herr nagel wie sie nicht alle heißen haben im endeffekt darauf hingewiesen die inflation ist hoch demzufolge werden die zinsen weiter angehoben das wird druck auf den immobilienmarkt weiterhin ausüben das heißt in den kommenden ein bis zwei jahren werden immobilienunternehmen einfach massive probleme bekommen und zwar nicht jetzt die immobilienunternehmen die aus dem bau heraus sind oder beziehungsweise eben bautätigkeiten bau dienstleistungen nehmen sondern wirklich die klassischen immobilienunternehmen die portfolien haben die haben eben dahingehend zukünftig tatsächlich wirklich druck auf der pipeline so sieht es aus und das muss man so sehen deswegen hier gerne mal die einschätzung zu bonovia an dieser stelle so ok jetzt hat immer ubs war hier ist die ubs unter berücksichtigung der geringen kosten sowie vermutlich stattfindet strellensteigerung der top pick unter den europäischen banken oder zu großes risiko ja das erinnert mich so ein bisschen schöne frage an die phase 2728 man darf halt nicht vergessen sicherlich ubs will credit swiss übernehmen zum einen finde ich spannend ob das tatsächlich auch so passieren wird oder ob nicht irgendwo ein weißer ritter kommt würde ich nicht ausschließen das zweite ist natürlich auch der punkt dass sich die ubs hier natürlich einen haufen garantien und sicherheiten hat geben lassen von der schweizer nationalbank als auch von der von dem staat von schweiz an sich von dem land und dahingehend natürlich dann versucht hier sozusagen jetzt wirklich ein schnäppchen zu machen das kann man gar nicht anders sagen man als also hier sozusagen wie soll man sagen ein investment mit sicherheitsgurt das problem ist aber dass dieser sicherheitsgurt auch nach hinten losgehen kann weil eben durch bestimmte ja zweit und drittrunden effekte die manchmal dann entstehen können wie zum beispiel dass halt viele kunden die bei credit swiss sind überhaupt vielleicht nicht für ubs wollten oder eben aus unternehmenspolitischen gründen heraus in diesem großen finanzkonzern dann einfach auch nicht sein dürfen es gibt unternehmen die dürfen bestimmte größenordnungen an konten konnten gelder nicht an einer bank haben sondern man muss das streuen das kennt man wenn man unternehmer ist dann hat man natürlich auch nicht alle eier im korps sondern hat bei verschiedenen finanzinstituten immer wieder sozusagen die liquidität damit eben im falle von unwägbarkeiten es muss jetzt keine bankenkrise sein es kann alles möglich sein kann technischer ausfall sein das können ja andere dinge sein die jetzt wirklich nicht damit zu tun haben dass ein finanzsystem kollabiert sondern wirklich eigentlich damit technische probleme zugangssperren wie auch immer also dass man dahingehend nicht zugreifen kann auf das geld deswegen hat man halt eigentlich mehrere konten und ist damit zumindest mal besser aufgestellt so das kann ein punkt sein dass dadurch einfach auch viele kunden wegbrechen das nächste punkt ist der die credit swiss hat natürlich auch einen extremen aderlass an eben wirklich guten leuten gehabt viele banker sind weggegangen durch die unwägbarkeiten durch die nicht bekannten risiken und das ist so ein bisschen der punkt der momentan dagegen schwingt ähnliches hat man 2728 auch gesehen als eben leeman brothers übernommen wurde als eben damals auch der beer stearns von mary lynch übernommen wurde dann ist mary lynch insgesamt auch zum pflegefall geboren wurde dann von bank of america übernommen also da hat sich dann ein stelldicht eingegeben weil man eben genau die situation einfach unterschätzt hat ich will nicht sagen die ubs ist wirklich groß ich glaube auch die ubs hat hier tatsächlich zum einen würde oder würde ein schnäppchen machen wenn man im endeffekt dann die aktuelle situation sieht aber die frage ist tatsächlich geht der deal durch das nummer eins zum zweiten was sind da eben noch für zweiten drittrundeneffekte die da kommen können ich finde es noch ein bisschen früh hier wirklich jetzt zu sagen hey ist alles wieder toll peace to your all sozusagen und dann die banken werte sind wieder interessant man darf eines nicht vergessen dass aktuell die situation natürlich die ist dieser erste anfängliche effekt den wir gerade im bankensektor gesehen haben das heißt diesen den zinseffekt der sich positiviert hat und zwar dass eben natürlich die einlagen gelder keine kostenseite mehr darstellen sondern eine ertragsseite darstellen fängt sich an zu relativieren und das darf man nicht unterschätzen ich habe da am montag schon mal kurz darauf hingewiesen das bedeutet wenn ich bei einer bank bin und habe da meine einlagen und habe aber gleichzeitig die möglichkeit in staatsanleihen zu investieren und habe kriegt da vielleicht dreieinhalb oder vier prozent gibt es einfach viele investoren die sagen ich ziehe meine gelder von der bank ab und investiere in anleihen das ist halt momentan die situation die gerade im mittelgroße und kleine banken in den usa treffen dass da viele anleger einfach sagen ich ziehe meine gelder ab natürlich auch die verunsicherung sorgt zusätzlich für diesen sog aber insgesamt werden die gelder abgezogen man legt dann entsprechend in anleihen an und hat im endeffekt eine verzinsung da drauf und das ist so ein bisschen das problem was man momentan sieht deswegen würde ich tatsächlich jetzt oder sehe ich zumindest mal diesen ersten positiven effekt tatsächlich jetzt als egalisiert an also das ist jetzt sozusagen eingepreist marktteilnehmern auch diesen effekt teilweise wesentlich zu stark eingepreist und das ist so ein bisschen das problem dass jetzt eigentlich eine pat situation zwischen risiko und chance die sich daraus ergibt der zweite punkt vielleicht noch mal erwähnenswert bei den versicherungstiteln sieht tatsächlich anders aus da würde ich diesen effekt noch weiter fortschreiben bei den banken kommen jetzt tatsächlich eben aufgrund der wesentlich agileren und schnelleren liquiditätssituationen und wie sich die kunden verhalten eben zu einer situation wo dieser effekt weg ist bei den versicherungsunternehmen ist es nachhaltender effekt der wirklich eben auch in den kommenden jahren eine wesentliche rolle spielen wird gehe ich aber gleich noch mal darauf ein insgesamt also von daher ubs ok wer der meinung ist im endeffekt er möchte jetzt schon seinen finger ins ein halbes specken finanzwerte bankenwerte im endeffekt dann halten kann das sicherlich in erwägung ziehen sich die ein oder andere kleine und ganz wichtig wirklich keine position aufzubauen ich würde wirklich in solchen phasen immer dann sukzessive die position ausbauen nicht insgesamt sofort alles im endeffekt sofort investieren sondern eben noch mal gucken was konnte da noch nachkommen man verpasst da im endeffekt dann keine großen kurs chancen oder so sondern man holt sich wirklich im endeffekt risiko wäre ärmere möglichkeiten dadurch ins depot und das sollte man vielleicht an dieser stelle auch noch immer in erwägung ziehen ihr seht ja auch die marktteilnehmer haben es ähnlich gesehen wenn man sich mal den kurschart ansieht hier von der ubs ist im endeffekt natürlich diese ganze aktion die da stattgefunden hat im vorfeld mit credits wirst entsprechend natürlich auch eingepreist worden das heißt es ist nicht unbedingt nur an ist alles panic sale dass also wirklich die leute hier praktisch in panik ohne rationalen überlegungen rausgegangen sind sondern man hat sich natürlich schon überlegt was für folgen hat das insgesamt natürlich auch hier gerade am montag eben war nicht kann man nicht wirklich sagen dass hier alle in die hände geklatscht haben gesagt haben was für ein geiler deal sondern wirklich im endeffekt sehr sehr vorsichtig vorgegangen sind wenn man eben sieht dass die ubs hier teilweise bis auf 14 schweizer franken 50 rappen runter gegangen sind oder gefahr abverkauft wurden und dann erst langsam wieder die erholung eingesetzt hat kann man also sehen dass es hier nicht nur eben eitel sonnenschein in den märkten ist und die marktteilnehmer dann eben himmel auch zu sagen juhu toll gemacht sondern es ist eine situation die man wirklich zumindest mal beobachten sollte sollte der deal durchgehen sollte die ubs tatsächlich die credits wirst du die zu diesen kursen kriegen mit den ganzen garantien die damit handen dran hängen kann man davon ausgehen dass es auf jeden fall ein interessanter deal ist der sich auch langfristig und das ist ganz wichtig wirklich tragen wird das heißt also ich würde dann erst mal mir das ganze ding angucken die ganze situation dann im endeffekt sehen ob man die aktien kauft weil wenn das eben durchgeht dann haben wir hier wirklich ein momentum was wirklich über mehrere jahre laufen wird die gekoppelte ubs credits wirst hätte marktanteil von über 30 prozent in der schweizer bankenlandschaft das ist wirklich ein riesig großer finanzkonzern der da entstehen würde und das muss man einfach so sehen also von daher chancen würden sich dann sowieso noch mal geben so alles bullisch wuhu ja so sieht es manchmal aus kann man irgendwie gar nicht so glauben was da so abgeht genau geldmarktfonds ist natürlich eine situation oder beziehungsweise eine möglichkeit klar das ist immer gucken was für eine was für eine situation habe ich gerade war wie lange möchte ich mein geld anlegen muss ich es auch überhaupt anlegen oftmals ist immer so ein bisschen die jagd nach den letzten prozentpunkten rendite sind die risikovollsten jagd teilnahmen schafft wenn man so will weil man einfach hier oftmals geneigt ist dann in produkte oder beziehungsweise in märkte zu gehen die einfach auch schon entsprechend bepreist sind und das muss man halt natürlich auch so sehen das heißt geldmarkt von per se klar der gibt eine rendite aber man darf nicht vergessen dass die natürlich noch weit unter der inflationsentwicklung ist und das ist manchmal einfach auch ganz nicht ratsam vielleicht aber im endeffekt auch eine interessante alternative dass man einfach mal das cash cash sein lässt und wenn ich dann die möglichkeit habe wirklich in aktien zu investieren oder in entsprechende situationen wahrnehmen zu können an den finanzmärkten sie sich daraus ergehen dass ich eben liquidität habe die sofort verfügbar ist und nicht wo ich dann erstmal vielleicht ein geldmarkt von verkaufen muss dann habe ich wieder eine transaktion dann muss ich im endeffekt warten bis das geld oder beziehungsweise klar es wird sofort berechnet dann habe ich im endeffekt die möglichkeit wieder neu zu investieren das sind alles teilweise zwischenschritte wo man sich dann wirklich fragt wenn man sich das ausrechnet hat man vielleicht irgendwie drei euro fünfzig mehr gewinn gemacht aber dieser ganze umstand insgesamt und auch natürlich dass man immer wieder auch daran denken natürlich in der form jetzt habe ich diesen geldmarktform wie entwickelt der sich entwickelt er sich gut was hat der für papiere drin wer zum beispiel in der letzten woche in irgendwelchen renten oder anleihefonds investiert hätte die sogenannte et one anleihen drin haben also das heißt additional tier one anleihen hört sich ganz heftig und großspurig an ist es nicht additional heißt also zusätzlich tier one ist das eigenkapital ist sozusagen wie eine kapital verstärkende anleihe die eigentlich auch so ein eigenkapital charakter hat das hat man gesehen der hätte jetzt wirklich extrem mit zitronen gehandelt und das ist immer so ein bisschen der punkt man muss immer gucken wie solche produkte aufgelegt sind geldmarktform muss nicht immer unbedingt auch ein geldmarktform sein sondern hier kann man auch teilweise wirklich absolute risikopapiere dann im depot haben weil einfach die mischung insgesamt bei diesen fonds entsprechend so ist dass man das vorher noch nicht zu abschätzen konnte also immer ein bisschen gucken ein produkt ist ein produkt und in einem produkt ist immer irgendetwas drin wo man vorher analysieren müssen wenn ich dafür sozusagen wie drei tage brauche um mir dieses produkt entsprechend anzusehen und dafür aber 50 euro mehr im jahr an an zinsen bekomme dann stellt sich doch für mich die frage steht das alles noch in einem verhältnis und das sollte jeder für sich selber natürlich auch nicht raus spüren ansonsten vollkommen richtig ich will es nicht verteufeln wer jetzt einfach liquidität hat oder zum beispiel ein haus ein auto oder irgendwas verkauft hat oder vielleicht ein boni bekommen hat oder so und sagt sich hey ich möchte eigentlich gar nichts anlegen ich möchte einen halben jahren urlaub fliegen oder will halt entsprechend mir irgendwas neues kaufen oder will vielleicht meinen kindern irgendwas angedeihen lassen dann kann man natürlich das geld entsprechend auch in die geldmarktfonds dann stecken wenn man eben sagt okay man hat einen kurzen anlagezeitraum von zum beispiel sechs bis zwölf monaten und braucht dann in dieser zeit das geld dann kann man solche produkte nehmen aber wie gesagt so ein bisschen dieses überoptimieren an den finanzmärkten mit entsprechenden umschichtungen und so weiter da steht manchmal wirklich nicht der aufwand im verhältnis zu dem was dabei rauskommt ist nur meine meinung aber deswegen hier immer noch mal gucken aber insgesamt sind die natürlich interessant jawohl thyssen krupp ja thyssen krupp ist halt eine geile story die momentan also irgendwie stattfindet das ist für mich immer so ein unternehmen wo man ganz klar sieht ja wenn das eben alles vernünftig umgesetzt wird gibt es halt natürlich auch entsprechende rendite aussichten mir gefällt halt der charakter dass eben thyssen krupp wirklich im bereich des wasserstoffs unterwegs ist sehr sehr gut aber was mir wirklich nicht gefällt ist die tatsache dass die halt noch zu stark im bereich des stahl der stahlproduktion drin sind und wenn man sich den kurschart ansieht kann man wirklich jedes mal hier ablesen wann ist irgendeine wasserstoffnachricht gekommen also aus dem wasserstoffsektor sprich die karmonisierung und so weiter und so fort und wann sind irgendwelche geschichten in richtung stahlproduktion oder stahl sparte in die märkte gekommen demzufolge thyssen krupp kann man kurz sagen nehmt euch die auf die watche und guckt halt danach wann geht hier wirklich der entsprechende die story los rund um nocera das ist für mich spannend wann werden die ihre spahlstaaten los europäischer stahl ist international nicht mehr konkurrenzfähig wir hatten in den letzten jahren eine ausnahmesituation das hat natürlich damit zu tun gehabt lieferengpässe entsprechend stark gestiegene stahlpreise das hat dann mal wieder den europäischen stahl konkurrenzfähig gemacht insgesamt ist der aber wirklich aus meiner sicht heraus tot international werden eben deutsche unternehmen und europäische unternehmen gegen die großen indischen südkoreanisch chinesischen japanischen hersteller keine chance haben da sind subventionen im spiel die können ihre tonne stahl zu preisen verkaufen da kommt einfach ein thyssen krupp nicht dran das hat auch nichts mit den löhnen insgesamt zu tun sondern es hat einfach mit der marktsituation zu tun china ist eben ein großer markt da wird richtig viel stahl benötigt und japan sitzt sozusagen vor den toren südkorea ist da und im endeffekt ist sozusagen der weg auch kürzer das kann man sich ja wenn man sich einfach mal mit dem finger auf dem globus bewegt kann man sich das selber schon ausmalen das natürlich mehr kostet stahl von europa nach china oder nach amerika zu transportieren als entsprechend dann sozusagen kurz vor der haustür nur die stahlplanke mal rüber zu reichen und dafür das geld zu verdienen also das an dieser stelle zu thyssen krupp so jetzt nehme ich mal genau was habt ihr hier noch martin 2024 wird sich ja für porsche pro vertrag ist ja schon fest wie ist die einschätzung premium hersteller ja mega interessante frage also ich würde finde es im endeffekt momentan auch sehr sehr spannend eher auf dem aufs premium segment zu setzen wir gucken uns mal die porsche ag an die pp 9 1 1 da ist tatsächlich so da sind noch margen drin vor allen dingen ist halt bei porsche gefällt mir ganz gut die haben wirklich einen sehr sehr interessanten modellmix die haben eine sehr interessante strategie ich glaube da werden wir wirklich noch einiges sehen zumal die bewertung sieht man auf 4,3 ist nicht wirklich teuer sie mal dividendenrendite 7 prozent ist auch wirklich interessant bei schwäche für mich wirklich ein unternehmen wo ich sagen würde kann man wirklich gerade auf mehrjahressicht einfach kaufen und zwar ist genau der punkt den du hier auch gerade geschrieben hat ist genau das im premium segment das gibt so viele möglichkeiten dass die investoren jetzt die möglichkeit haben nicht mehr in diese gemischt waren läden zu investieren mindestens der land ist und eine volkswagen die irgendwie alles von arleräuchereien bis zylinder stiften von kleinstwagen bis zu eben obere mittelklasse haben da weiß ja kein schwein was ist gerade gefragt bei einem premium segment weiß ich ganz klar okay hey da ist eben wirklich eine kundschaft die kauft egal ob der wirtschaft gerade gut oder schlecht geht die haben die kohle die bezahlen auch geld die bezahlen die margen die bezahlen die dienstleistung weil eben das natürlich auch eine art image ist was man damit hat geht immer so ein bisschen in richtung apple warum funktioniert apple weil apple einfach markenbewusstsein bei den leuten gepflanzt hat das heißt man kauft sie mit irgendein iphone für 1500 dollar oder sowas obwohl man die gleiche dienstleistung und die gleichen funktionalitäten von anderen hersteller für die hälfte kriegen würde aber man kauft sie trotzdem iphone weil man eben dahingehend sagen kann hey ich habe ein iphone so sind porsche halt auch mal oder mit entsprechenden oberklasse waren man holt sich die weil man entsprechendes image hat und das ist im endeffekt auch bei mercedes und bei bmw gut zu sehen deswegen solche marken werden aus meiner sicht heraus outperformen weil man hier ein klareres kundenbild hat weil man hier einfach eine höhere marge hat bei der bei mercedes benz die s klasse oberwagen oberklasse segment höchste marge damit verdient der ganze mercedes benz konzern am meisten geld mit der s klasse und deswegen war man damals so gespannt darauf wie kommt die elektrifizierte version an die kam gut an die kundschaft hat im endeffekt das neue modell genommen diesen riesenpanzer im endeffekt mit elektromotor und hat sozusagen dann die die aktie mit nach oben gezogen so ist es bei porsche halt auch also das ist so ein bisschen das verständnis dafür dass man eben wirklich dann genau wie eben sozusagen der investment ansatz ja auch ist dass man eben sagt okay welche marken haben sind einfach ein bewusstsein da braucht man nur gucken kleine jungs stehen schon im endeffekt auf oder kleine mädchen ja auch auf sportwagen weil die einfach eine bestimmte ausstrahlung haben und das ist im endeffekt dann natürlich auch ein charakter der sich ja denn oftmals das ganze leben lang durchpflanzt so dass dann eben natürlich später sich die leute entsprechend diese fahrzeuge kaufen so einfach kann man es manchmal runter brechen natürlich sollte man sich die bewertung noch mal ansehen da sehe ich bei einer porsche momentan wirklich keine großen handicaps die wachstumzahlen vor allem das ist ja auch das spannende die sind ja nicht überbohrend porsche wächst zwar aber trotzdem auch eher so ein bisschen mit angezogener handbremsen das heißt wenn es in china wieder richtig los geht dann wird auch eine porsche verdienen also von daher ich finde die aktie interessant auch hier gilt natürlich immer wieder so meine meinung ihr müsst eure meinung selber bilden aber dann auf jeden fall mit stop loss wenn man eben entsprechend sich eine position aufbaut auch ein bisschen längeren horizont nicht gleich nach zehn euro oder fünf bis sechs prozent großgewinn verkaufen laufen lassen so eine aktien kann man eben sowohl auch ein bisschen als gross charakter als auch als value charakter sehen die zahlen ist coole dividenden rendite die kann man im endeffekt dann mitnehmen und man ein bisschen von diesen kurzfristigen anlage sichtweisen weggehen und demzufolge vielleicht dann auch eine kleinere position mit einem großzügigeren stop loss setzen als wirklich all in gehen was man sowieso nicht machen sollte und dann halt im endeffekt jedes mal wieder aus den märkten geschüttelt zu werden so ok jetzt hatten wir noch weiter da gab es nämlich heute auch mal interessante entwicklung die ich heute morgen gesehen hatte und zwar ja die deutschen auch die batteriehersteller werden es schwieriger haben weil nämlich die südkoreanischen unternehmen hier wirklich extrem weit vorne sind und auch bis zum jahr 2025 zumindest mal nach der meinung von goldman sachs in den usa ein anteil von 57 prozent haben werden da sieht man einfach war da hat es hier wirklich so ein bisschen ja wie soll man sagen nicht geschafft im endeffekt die ps auf die straße zu bringen man hat einen guten aufschlag gehabt es sah zumindest mal nicht verkehrt aus klar bei den variables wird man weiterhin zumindest mal jetzt absehbar sich noch positionieren können die frage ist natürlich dann ob man das denn noch gegen die anderen gegen die sdi gegen eine entsprechende andere batteriehersteller eben lg lg check cam entsprechend durchsetzen kann das muss ich alles zeigen aber momentan sieht zumindest mal so aus im automotor sektor haben die einfach wirklich verkackt das kann man nicht anders sagen hier werden die großen koreanischen unternehmen und hier haben wir immer wieder auf eine sdi habe ich euch hingewiesen die sitzen fest im sattel und goldman sachs kam heute raus und hat eben gesagt dass die eben sehen dass die großen südkoreanischen batteriehersteller bis 2025 marktanteil von 57 prozent haben werden jetzt das noch mal in relation gesetzt 2021 hatten die südkoreanischen batteriehersteller nur elf prozent das heißt die wachsen pro jahr stetig zehn prozent das ist enorm wenn man so will und wenn man eben auch sieht dass das das ja nicht ein wachstum ist global sondern wirklich ein ein wirklich einnehmendes wachstum in den usa in einer wichtigen volkswirtschaft eben gerade für elektrifizierte fahrzeuge hammer also von daher war da sehe ich da momentan eher auf dem abstellgleis ich glaube nicht dass die das wirklich schaffen werden im endeffekt diesen vorsprung dann eben aufzuholen also aus meiner sicht heraus bleiben dann eben die großen wenn man im batteriehersteller bereich unterwegs sein will die großen koreanischen unternehmen die erste wahl wenn man so will da sind wir wieder bei einer SDI und da beißt die mouse leider kein fahren ab so ja compleo zapptec ja da kann man praktisch sagen bei compleo ist ja der zappen gezogen worden wenn man so will gab ich weiß dass da immer wieder spekulationen gab dass irgendwelche finanzinvestoren und irgendwelche andere versorgungsunternehmen im endeffekt da die es netz kaufen wollten und so weiter und so weiter es ist wirklich eine zockeraktie also bei compleo ist es so wir haben momentan wir haben es ja gerade am anfang gesehen eine extrem volatile zeit also das heißt wenn ich in den gesamtmärkten schon innerhalb von drei vier fünf tagen teilweise sechs sieben prozent machen kann warum soll ich mir denn so ein unternehmen dann ins depot legen ganz ehrlich mal da würde ich da wirklich dann gucken dann gehe ich doch auf die unternehmen aus der ersten reihe und setzt da drauf compleo ist wirklich ein zocker wert was da kommt weiß man nicht die haben eben im endeffekt es nicht geschafft auch hier dann ihre startposition im endeffekt ausbauen zu können man ist hier wirklich gegen die wand gefahren buchstäblich jetzt muss man sehen was übrig bleibt das ist ein klassisches szenario was ich halt oftmals dann eben darstellen das kann wirklich noch dauern guckt euch andere charts an von entsprechenden insolvenzwerten das dauert und zieht sich wirklich lange 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 hin und dahingehend würde ich compleo ist wirklich da ist so ein ding klar da kann sich jemand reinarbeiten da kann man sich rein fuchsen da kann man entsprechend dann wenn man in den foren unterwegs ist natürlich auch entsprechende gerüchte mit aufnehmen und kann so einen momentis dann kurz mitnehmen und so weiter und so fort aber es ist halt wirklich kein anlageinstrument also dieses kriterium also non investment grade wenn man so will ist schon ist schon lange weg und es ist halt ein zocker wert klar da gibt es gibt es schon immer so lange wie ich auch in den börsen aktiv bin das jetzt mittlerweile auch schon seit über 25 mal gott 27 jahren meine güte bin ich alt da gab es immer wieder werte früher war es eben eine bremer vulkan eine focker und wie die alle hießen jetzt sind es eben eine compleo wo man einfach dann darauf setzen kann dass die irgendwie was wieder kriegen nicht kriegen doch hinkriegen und so weiter und so weiter wird nie aussterben ist natürlich auch so ein bisschen schick klar wenn man das ganze möchte und auch gut im griff hat aber eben nichts mehr wirklich konservative anleger dann setzt lieber wirklich auf die großen netze setzt auf große netzbetreiber eine rwe oder andere shell oder so die eben auch so eine großen netze haben die sind fest im sattel da hat partizipiert man ebenfalls von grundsätzlich kann man sagen ja alles was mit energie zu tun hat ist ein boom markt wer das immer noch nicht begriffen hat der sollte das jetzt nochmal wahrnehmen und aufnehmen es wird zukünftig mehr energie im endeffekt gebraucht werden die frage ist dann nur wie diese produziert wird zum einen natürlich klar durch regenerative energieform aber wir werden mehr energie benutzen und brauchen müssen und gerade strom das ist der springende punkt wir haben eine technologisierung wir haben eine digitalisierung in der industrie wir haben eben verkehrs netze die immer mehr auf elektrifizierung umsteigen das heißt irgendwo muss der strom mehr herkommen irgendwo muss der zur verfügung gestellt werden alle unternehmen die groß sind in diesen segmenten unterwegs sind haben wirklich eine prosperierende zukunft vor sich das kann man gar nicht anders sagen die sind zum wachstum verdammt es sei denn man stellt sich wirklich bekloppt an dann kriegt man es halt nicht hin aber ansonsten die großen unternehmen und da guckt euch eine rwe an die haben es gepackt wirklich an dieser stelle kann man sagen das sind unternehmen die davon nachhaltig profitieren werden so jetzt nämlich noch mal eine frage mit einer auch ein interessanter im vorfeld steuerliche unterschied zwischen schweizer original aktien adr ist eine sehr tricky frage muss man ganz klar sagen zum einen ist es so dass man grundsätzlich gesprochen der unterschied zwischen originalen adr aktien liegt ja schon oder beziehungsweise adr sind ja keine aktien der unterschied zwischen original aktien adr liegt ja schon am grundsätzlichen ausgestattung das heißt ich habe einmal wirklich den an das anrecht eben an dem ein kapital eines unternehmens durch die aktie das recht aus dem papier folgt dem recht an dem papier und ich habe ein adr was eigentlich nur ein wertrecht darstellt american deposit receipt das heißt ich habe hier sozusagen ein zertifikat was eben das anrecht auf eine aktie verbrieft das ist schon mal der grundsätzliche unterschied die steuer also ich bin ja kein steuerberater werde auch keine größeren ausführungen machen aber die frage ging ja dahingehend natürlich dann irgendwann mal gesagt okay wir stellen beides gleich weil es macht keinen sinn zu sagen dadurch dass das zertifikat auf eine aktie zum beispiel in amerika ausgestellt wurde das unternehmen aber in der schweiz sitzt gehen wir davon aus dass dann sozusagen eine besteuerung nach amerikanischen vorbild stattfindet sondern eben auch natürlich schweiz weil das ganze bezieht sich auf den basiswert sprich schweizer unternehmen demzufolge ist dahingehend zumindest mal die quellensteuer gilt der steuersatz des heimatlandes das ganz wichtig der zweite punkt der aber noch wichtig ist zu sehen ist guckt euch immer bei den adr bedingungen an wie der emittent die ausgestaltung beziehungsweise die weitergabe der dividenden vorgesehen hat es gibt tatsächlich einige adrs gerade eben aus asien da wird die werden nicht ausgeschüttet weil der 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 adr aufleger der emittent sich vorbehält diese dividende als sozusagen kosten für das adr programm einzubehalten es gibt es es gibt auch die möglichkeit dass sozusagen im kosten die dadurch entstehen dass natürlich der der emittent von dem adr die dividende einfordert an die mit an die zertifikate also adr käufer weiterreichen will auch nur ein teil ausschüttet also das kann auch sein ich weiß nicht genau 100 prozent ob es auch hier der fall ist bei denen es ginge speziell um die züricher versicherung da kann es sein ich habe mir das mal angesehen ist sah tatsächlich so aus dass wenn man die wechselkurse sieht hier 0,07 also sieben schrappen sozusagen bei dem adr imitent hängen geblieben sind als wahrscheinlich kosten beitrag wenn man so will bin ich mir nicht ganz sicher kann aber natürlich auch sein dass das durch den wechselkurs passiert ist da sind wir auch schon beim nächsten wichtigen aspekt adrs werden oftmals in us-dollar abgerechnet das heißt wenn ihr jetzt zum beispiel als europäische anleger ein adr auf einen schweizer wert habt dann habt ihr gleich zwei wechselkurs risiken drin und zwar euro us dollar us dollar schweizer franken eigentlich sogar genommen ja doch genau diese beide ist ja diese kette und das führt natürlich dazu dass eben je nachdem wie diese verwerfung sind weil man eben drei wirtschaftsräume hat dann natürlich sich das auch entsprechend bei der gestaltung beziehungsweise ausgestaltung der dividendenzahlung entsprechend natürlich auch bei der kursentwicklung darstellen kann das heißt wenn zum beispiel warum auch immer normalerweise der euro zum schweizer franken schwächer sein würde dann würde sozusagen eigentlich der wert von der schweizer aktie entsprechend steigen ist das aber im endeffekt zum us dollar nicht der fall weil us dollar im endeffekt mehr steigt als der schweizer franken dann hat man zwar auf ein schweizer unternehmen gesetzt aber über den währungsverlust eigentlich nichts gewonnen demzufolgen würde ich hier mal ein bisschen gucken ist jetzt auch nicht so richtig klar warum man das machen sollte wenn man eben die möglichkeit hat direkt anzulegen oftmals ist es halt auch so dass die programme nur aufgelegt werden bei ihm nicht die möglichkeit besteht direkt in diesen ländern zu investieren wie zum beispiel in südkorea oder bei einigen chinesischen unternehmen da ist es dann so da kann man eben nur über die adr oder gdua programme gdr programme gehen oder bei den russischen aktien war es so weil sie mit keine andere möglichkeit gab das muss man so ein bisschen verstehen warum diese adrs gdrs manchmal sinnhaft sind aber nicht immer so ansonsten würde ich immer eher in die original aktien investieren als in adrs so so macht es sinn aktuell im disco und zertifikation oder doch warten da die ja das hatten wir an dieser stelle ja schon mal disco und zertifikate sind durchaus interessant gerade in phasen eigentlich eher wenn es seitwärts läuft also nicht wirklich wenn man eine trendrichtung hat das hatten wir an dieser stelle in derivate roundtable der der warte deep dive immer wieder besprochen dann macht das tatsächlich sinn weil man dann eben die möglichkeit hat sozusagen über diesen discount eben reinzukommen in eine bestimmte position und gerade eben dann wenn die volatilität sehr sehr gering ist sich das natürlich dann entsprechend auch dann darstellt gerade wenn aber sehr viel volatilität ist dann werden die teile teilweise auch ist es halt nicht mehr so sinnhaft dann reinzugehen natürlich die wahrscheinlichkeit auch wächst dass man im endeffekt dann ausgeführt wird dann kann man natürlich auch direkt eigentlich schon in den markt reingehen das heißt da muss man immer so ein bisschen sehen was welchen index man handelt welche aktien man gerade entsprechend handelt bzw generell welches underlaying ob es dann sinnhaft ist oder nicht insgesamt ist es dann eben gerade in phasen wo es eher so seitwärts geht durchaus mal ganz interessant sich solche produkte dann eben anzusehen aber das ist natürlich auch jedem selber so ein bisschen überlassen meines achtens ja die haben eine volatilität komponente weil ja eigentlich ein diskon zertifikat nichts anderes ist dass man eben hier eine short position eben über einen terminkontakt baut das ganze wie eine art zertifikat aufbaut wo eben dieses konstrukt drin ist und man dann über den über diese termin konstruktion die kommt die komponente sozusagen die möglichkeit hat über den discount in einen markt reinzukommen weil es ein bisschen sperrig erklärt aber ich will hier gar nicht zu stark reingehen ich kann das ganze thema gerne morgen noch mal ein derivate deep dive mit reinnehmen da werde ich mich mit dem nicolai titz darüber unterhalten hat er zwar schon ein paar mal aber nehme ich die frage einfach mal mit dann habt ihr da auf jeden fall entsprechende auskünfte so gucken wir mal eine andere frage short quote bei aktien woher weiß man das ja sehr interessant da muss man natürlich immer gucken in welchen märkten bewege ich mich gerade wo interessiert mich die short quote es gibt die verpflichtung sowohl in deutschland als auch in den usa entsprechende positionen bekannt zu machen das gilt in deutschland aber nur oder in europa wenn bestimmte meldefristen über oder untersteigt oder über ja entsprechend trifft dann müssen die entsprechenden ja short position inhaber eben ihre position offenlegen in amerika sieht es ein bisschen anders aus da wird tatsächlich sehr sehr viel durch gemeldet da gibt es nämlich die quartalsberichte wo eben wirklich immer dargelegt wird welcher investor hat gerade welche transaktion vorgenommen das heißt die müssen dann wirklich die hosen runterlassen und da sieht man das ganz gut insgesamt gibt es einige internetseiten die diese shortquoten zur verfügung stellen und dahingehend dann auch auskunft darüber geben können wie die aktuelle situation sozusagen bei den aktien ist also es gibt die tatsächlich ansonsten wie gesagt durch die dpa g-meldung entsprechend einfach mal gucken da gibt es dann immer wieder auch natürlich dann wie gesagt die mögliche pflichtveröffentlichung sozusagen von den von den jeweiligen marktteilnehmern wenn man eben bestimmte schwellen unterschritten hat oder überschritten hat dass man die bekannt geben muss und den usa wie gesagt sind es dann eben die files bei der sec und die filings wo dann entsprechend ganz klar eben darauf hingewiesen wird welcher imitent beziehungsweise welcher investor gerade was gemacht hat wenn ich schon mal internetseite bin ist mir gerade im kopf gekommen ihr habt die möglichkeit bei der brokerwahl im übrigen mitzumachen da würden uns natürlich alle freuen wenn ihr das macht hier habe ich mal die seite aufgerufen brokerwahl.de habt ihr die möglichkeit euren lieblingsbroker zu wählen und kriegt dann sogar noch irgendwelche preise und und so weiter und so fort natürlich würde ich mich freuen wenn ihr die comdirect wählen würdet ihr habt natürlich aber auch die möglichkeit euren andere broker wenn ihr bei anderen seiten entsprechend zu wählen und zu unterstützen einfach mal gucken brokerwahl.de gibt es attraktive preise macht was draus vielleicht habt ihr da glück so das war noch mal der kleine werbeblock zwischendurch nicht für mich sondern im endeffekt nur für die brokerwahl weil das natürlich für viele interessant ist so interessant für viele vielleicht auch noch mal moment ich gucke mal was war hier genau bundesanzeige auch teilweise weil es ja eine pflichtveröffentlichung ist ansonsten gibt es hier tatsächlich ich glaube das sind die ist dpa g da gibt es das ganze auch noch mal per pflichtveröffentlichung also es gibt einige dienste und es gibt ein paar internetseiten die suchen das auch raus und ein paar dienstleister machen das auch also tatsächlich ein paar finanzservice dienstleister gibt es bei bloomberg weiß ich konnte mal das relativ zügig nachfragen hat nicht jeder im bloomberg terminal aber da geht das zum beispiel auch so interessant auch noch die nächste frage schneider elektrik ein auch sehr interessantes unternehmen aus meiner sicht heraus aus frankreich da brennt zwar sozusagen gerade die straßen wegen der geplanten renten reform aber nichtsdestotrotz ist die schneider elektrik eigentlich ganz gut positioniert die profitiert nämlich gerade von ganz ganz vielen themen die sich wirklich übergeordnet in der europäische landschaft darstellen moment warum zeigt er mir das nicht und das ganz spannend schneider elektrik wenn man so will natürlich so die siemens auch in frankreich beziehungsweise ebenfalls auf europäischer ebene ein großer elektronik konzern profiteur eben der energiewende der industrieautomatisierung der digitalisierung der dekarbonisierung das heißt das unternehmen profitiert tatsächlich davon dass einfach die netze neu aufgerüstet werden müssen dass eben heizen kochen mehr elektrifiziert wird in frankreich dass eben hier entsprechende steuerung von bestimmten haushaltsgeräten eben natürlich auch gemacht und geforstiert werden damit man eben zukünftig einfach mehr strom einsparen kann das heißt schneider elektrik sitzt überall in diesen segmenten wie die spinne im netz wenn man so will drin und profitiert einfach davon und das macht es halt ganz interessant auch der elektro fahrzeug bereich ist mega spannend weil hier ein strommix natürlich auch dafür genutzt werden muss um den strom entsprechend zu erzeugen und da auch da bietet schneider elektrik viele viele wichtige komponenten an lange rede kurzer sind wirklich ein super super interessanter konzern auch die zusammenarbeit mit qualcomm im bereich der 5g technologie da will man versuchen dass man die überwachung und fernbetrieb mittels kameras video kameras von aufzugsdiensten im endeffekt in erwägung zieht und weiter ausbaut also auch da super super spannend positioniert man hat sich durch die übernahme von aveva im endeffekt auch sehr gut im software bereich eben im endeffekt positioniert und verstärkung geholt damit wird die software strategie von dem konzern wesentlich schneller umgesetzt als viele gedacht werden und so weiter also man kann gar nicht genug des lobes sein eigentlich ein super super interessantes unternehmen das kann man gar nicht anders sagen hier aber natürlich auch wieder ganz wichtig nur für die interessant die eben den europäischen sektor anlegen wollen die eben sagen ja ich möchte einen sehr sehr großen elektronik konzern in meinem portfolio haben dann sind die aktien interessant ansonsten natürlich nicht ganz klar risiken sind bei jeder aktienanlage von aber hier sind zumindest mal ein paar grundlegende strömungen einfach vorhanden wo man einfach sagen kann der konzern ist gut aufgestellt ist in den boom segmenten drin und man kann davon ausgehen dass sich das zukünftig eben auch entsprechend bei der gewinnentwicklung denn darlegen wird das nächste unternehmen sind die outly das ist kein schweizer unternehmen auch wenn man es jetzt denken könnte sind schwedisches unternehmen und zwar out also von hafer im bereich der hafer getränke markt ist unterwegs und hier hatten wir hatte ich auch schon darauf hingewiesen 21 die sind glaube ich auch über den speck deal an die amerikanische börse gekommen das ist natürlich voll ins in die hose gegangen weil die bewertung einfach viel zu hofer man ist hier so ein bisschen in diese beyond meat manie reingekommen und hatte hier wirklich bewertungs niveaus erreicht wo man sich nur am kopf hätte fassen können gut wie das eben manchmal im leben so ist wird das natürlich relativ schnell auch wieder neutralisiert das aktuelle niveau sieht jetzt aber gar nicht verkehrt aus ich denke dass man hier so ein bisschen im bereich der der relativierung angekommen ist und das ist eigentlich auch ganz spannend das hatte ich im letzten jahr auch schon mal darauf hingewiesen dass mir die outly eigentlich ganz gut gefallen warum ja man ist einfach hier im segment unterwegs was auch ein wachstumssegment ist immer mehr menschen gucken auf die ernährung immer mehr menschen kehren deren tierischen fetten den rücken zu und hier kann man einfach sagen outly ist im bereich der hafergetränke haferprodukte im weitesten sinne eben sehr gut vertreten das heißt man stellt den produkte ja die preisen von milch und soja eiweiß und das natürlich ganz spannend und wird auch im endeffekt ein zukunftsmarkt sein nur hatte man vor kurzen zahlen vorgelegt die waren erst mal auf den ersten blick zumindest was die gewinne pro aktien angehen nicht wirklich das grüne oder besser gesagt das gelbe vom ei und grüne wäre eklig ansonsten das gelbe vom ei und aber der umsatz die umsatzentwicklung ist eigentlich ganz gut das heißt man hat zwar hier den gewinn pro aktie um sieben cent verfehlt aber der umsatz konnte wesentlich gesteigert werden zumal auch die perspektiven ganz gut aus dem hat im vergangenen jahr ein umsatz zuwachs von lediglich zwölf prozent auf 722 millionen us-dollar verzeichnen können und in diesem jahr jetzt 23 will man am wachstum von 23 bis 28 prozent in angriff nehmen und das wird sich dann natürlich auch entsprechend auf den gewinnentwicklung ausweisen die bruttomarge liegt ungefähr bei 15,9 prozent liegen und so peilt man dann einen entsprechenden gewinnzuwachs an der der natürlich dann wesentlich über den jahren 2022 liegen wird finde ich ganz spannend aus wie gesagt aus der hinsicht heraus dass man hier wirklich in einem segment ist wo man wirklich sagen kann ja man hat hier ein wachstumssegment vor sich man hat eine starke marke und was halt ganz spannend ist natürlich outly wird dann auch irgendwann mal interessant für andere große konsumartikel hersteller die vielleicht sagen könnten hey moment mal die haben sich gut in einer marktnische positioniert da möchte ich auch rein da sind noch margen da man darf nicht vergessen normalerweise so im konsumartikel bereich liegen die margen so irgendwas roundabout zwischen zwei und sechs prozent je nachdem wie stark die marke ist je nachdem was für ein produkt das ist also von daher ist es eigentlich schon mal ein ordentlicher aufschlag den das unternehmen hat und würde dahingehend natürlich ganz gut in das ein oder andere portfolio passen nächstes unternehmen habe ich auch in die beschreibung reingeschrieben sind die wie core corp die schauen wir uns auch mal an das ist ein amerikanisches unternehmen das entwirft entwickelt produziert und vermarktet modulare stromversorgungskomponenten hat sich jetzt so ein bisschen angehört wie so ein werbetext aber natürlich spannend wenn ihr mir bei der schneider elektrik zugehört habt dann könnt ihr nachvollziehen warum natürlich solche unternehmen tendenziell mal interessant werden wir haben jetzt amerikanisches unternehmen das heißt da ticken die uhr noch ein bisschen langsamer die amerikaner sind noch nicht so weit wie in europa haben noch nicht so einen großen druck hinter aber der wird kommen das heißt man sieht hier natürlich dass auch der schwerpunkt von dem unternehmen in amerika mit 32,4 prozent in taiwan mit 26,4 prozent in china mit 18,8 prozent liegt also die kursrückgänge die wir hier gesehen waren haben sind natürlich genau der tatsache schuld gewesen dass man doch einen relativ großen anteil noch in china und in taiwan entsprechend produziert und dann natürlich einige risiken dann entsprechend mit zusammenhängen aber ich finde das unternehmen eigentlich dahingehend ganz spannend ich habe mir die zahlen mal gesehen umweltentwicklung ist okay man ist zwar so ein bisschen im wachstum aber was ganz spannend ist die marge liegt bei ungefähr 46 prozent gewinnentwicklung ist ebenfalls gut also ich glaube durchaus ein interessantes unternehmen wenn eben die builds in den usa sprich wenn da eben die entsprechenden gesetze zur schnelleren elektrifizierung zur schnelleren infrastruktur umgestaltung dann eben vorangetrieben werden dann werden solche unternehmen natürlich dann auch davon noch mehr und dann natürlich davon profitieren das unternehmen ist eben gerade im bereich der gleichspannungsstandards tätig also man hat hier wenn man entsprechend dann produkte eben aus dem europäischen ausland also aus amerika betrachtet holt dann braucht man natürlich entsprechende wechselrichter transformatoren gleichspannungsstand schaltung und so weiter und geräte und die werden eben hergestellt das heißt hier muss man vielleicht auch eine langfristige denke mitbringen aber durchaus interessant bei dem unternehmen das gefällt mir eigentlich ganz gut und demzufolge danke an dieser stelle für den hinweis so ich gucke mir mal in den städt rein ja stimmt wenn man die zu lange kocht dann wird werden wird wird es grün durchs kupfer genau ja ist hafers war das billigste zeugs zum milchersatz aber trotzdem kaufen die leute das und im endeffekt ist es natürlich eine gute möglichkeit um dann natürlich damit geld zu machen das auch wieder dieses klassische brand thema demzufolge wirklich man kommt davon nicht weg das ist wirklich ein zeitalter derzeit unser zeitgeist im weitesten sinne brands marken marken identifizierung und so geht das ganze gucken wir mal auf legal in general das ist ein britischer versicherungskonzern und ja ganz spannend da kommen wir so ein bisschen zu dem thema was ich am anfang erwähnt hatte dass die versicherungsunternehmen insgesamt mehr davon profitieren dass wir eben jetzt ein höheres zinsniveau wieder generell sehen warum naja weil man eben prämien einnahmen hat das heißt hier sind ja eben die versicherungsnehmer zahlen eben entsprechende prämien an die versicherungsgeber also in die versicherungsunternehmen und diese prämien können eben jetzt festverzintig angelegt werden und da ist natürlich genau das der unterschied zu banken bei banken muss man entsprechende fristenkonkurrenzen einhalten das heißt kurzfristige anlagen dürfen nur kurzfristig ausgegeben werden langfristige nur langfristig dann muss man immer wieder darauf eine art bodensatz natürlich auch zurückhaltend das heißt kunden wollen natürlich auch entsprechend dann ihre einlagen wieder ran das ist bei dem versicherungsunternehmen eine komplett andere kiste weil hier ist es ja so die prämie wird gezahlt man kriegt eine versicherungsleistung dagegen und das war es im weitesten sinne wenn man jetzt eine kapitalgedeckte lebensversicherung oder bausparvertrag hat dann weiß man ganz genau in zehn jahren kriegt man die summe x wieder zurück weil man eben die prämien gezahlt hat aber das kann der versicherungskonzern natürlich genau berechnen das heißt man hat hier eine ganz klare kalkulatorische größe und keine bösen überraschungen deswegen sind versicherungsunternehmen aus meiner sicht daraus jetzt wesentlich interessanter als bankenwerte weil eben doch hier weniger risiken insgesamt vorhanden sind gute muss man sagen jetzt hat es auch durch den credit swiss 81 also additional tier 1 ausfall auch einige versicherungskonzerne getroffen wie zum beispiel ich glaube eine invesco war dabei oder auch eine axa eben in frankreich die hatten nämlich einige von den anleihen auch im portfolio gehabt das kann natürlich dann schon mal passieren aber da ist natürlich dann sage ich mal schuldeigen aber insgesamt ist es so bei legal in general sieht es gar nicht schlecht aus die hatten die die hatten gewinnsprung von zwölf prozent auf 2,29 milliarden pfund angekündigt wollen jetzt auch im endeffekt dann die dividende erhöhen 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 und das ist halt insgesamt ganz spannend man merkt also auch hier dass zum beispiel viele abflüsse was man bei großen vermögensverwaltungsgesellschaften momentan sie wie blackrock und anderen dass da eben tatsächlich asset under management eben rückläufig sind weil viele den aktienmärkten momentan so ein bisschen den rücken kehren da ist es so dass die versicherungsgesellschaften und gerade eben auch die legal in general es schaffen dass man eben pension pensionsverwaltung von das heißt man geht zu unternehmen bietet denen halt an entsprechend dann die dienstleistung dass man sagt hey wir verwalten unser vermögen ja eh relativ erfolgreich wir würden eure pensionskasse entsprechend natürlich auch verwalten kriegen dafür eine verwaltungsgebühr und damit konnte legal in general zumindest mal in den letzten quartalen einiges an abflüssen aus dem anlagebereich entsprechend auffangen das halt ganz spannend das heißt auch hier dieser pensionsbereich der pensionssektor hoch hochspannend sehr margenstark dahingehend weil man eben hier so ein bisschen so ein brot und butter geschäft hat auch da ist es so dass man eben immer mit langfristigen anlagenhorizonten zu tun hat das heißt da wird nicht gezockt sondern unternehmen brauchen einen zinsfuß um die pensionsverpflichtung für die mitarbeiter und ehemaligen mitarbeiter einfach einhalten zu können und da braucht man natürlich expertise aus diesem bereich und die holt man sich dann zum beispiel durch versicherungskonzerne weil die das ja schon bereits seit mehreren jahrzehnten teilweise tun und wenn nicht sogar in jahrhunderten also durchaus spannend klar jetzt muss man bei britischen gesellschaften natürlich immer wechselkurs risiko euro britische fund beachten ist ganz wichtig aber insgesamt finde ich ganz spannend dividendenrendite 8,62 prozent kommt natürlich durch die dividenden anhebung zustande klar muss man noch sehen ist vor steuern aber durchaus interessant wenn ich mir ansehe dass so eine legal in general guck mal noch mal schnell rein hier 6,9 kgv zumindest mal nach dem hat was ich hier sehe und so manche bank teilweise sogar höher bewertet ist da wird ich tendenziell eher in richtung versicherungswerte mal schauen weil die dann eben zumindest mal ein glatteres oder besseres chance risiko verhältnis zumindest mal aus der aktuellen situation aufzeigen als so manche bank so wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass die 8,76 für adler von adler gezahlt werden ja da müsste einfach mal gucken was der markt da momentan gerade einpreist weil da sitzen wirklich dann auch die pros die sich damit immer auseinandersetzen das kann man eben wirklich sehen wie weit die unter der parität ich denke mal bei der adler real estate wird wahrscheinlich eine notierung unter paris sein entsprechend dann vorherrschen ist natürlich auch ein zock klar aber man sieht es dann schon je weiter niedriger die kurse sind desto größer die wahrscheinlichkeit eines ausfalls und das kann man im endeffekt so leicht runterbrechen so gucken wir weiter arrival ist ein fahr beziehungsweise ein hersteller von elektronischen kleintransportern und lastkraftwagen die haben ebenfalls ein bauch klatsch eingelegt in dieser ganzen spec manie als die eben in den usa losgetreten wurde da sind auch die arrival mit in den gleichen atemzug reingekommen man sieht es hier 2021 da wurde ja jeder in einen spec gepackt der nicht bei drei auf dem baum war man sieht sie wieder sehr schön vorher diese 10 us dollar notierung danach dieser ansprung und jetzt sozusagen dieser jähe fall da kann man einige specks aus dieser zeit mit rüber nehmen die wirklich derzeit penny stock sind und die hier ein ganz ganz übles ende genommen haben ja bei arrival ist tatsächlich so dass das unternehmen überhaupt noch gar nicht richtig börsenfähig war wenn man so will die haben noch keine gewinne gemacht die haben entsprechend eigentlich hier dann auch restrukturierung vorgenommen dann ist bei den lieferwagen in brand geraten bei einer vorstellung als über ups entsprechend die wagen vorgestellt haben also da ging wirklich einiges drunter und drüber es zeigt sich natürlich in den aktienkursen entsprechend auch und zeigt einfach auch wie wichtig es ist entsprechend auf die großen konzerne zu setzen auf die unternehmen die im wirklich fest im sattel sitzen da hatte ich aber damals auch schon darauf hingewiesen dass wirklich dieses diese diese goldgräber stimmung in dem segment einfach nicht gut ist dass man wirklich genau hingucken muss und man eben gerade als kleines unternehmen nicht so schnell eben mit den großen an einem tisch sitzt und auch nicht so schnell in dieses segment reinkommen da hat man wirklich eine ganz ganz steile lernen kurve entsprechend natürlich dann vollziehen müssen das sieht man auch in diesem fall natürlich bei den aktien von arrival aus meiner sicht heraus ich war also ja da ist sozusagen das kind im brunnen gefallen man kann sich mal ein bisschen noch die nachrichten angucken die da so rüber kommen aber ich denke da wird wahrscheinlich tendenziell da sind die wahrscheinlich tendenziell eher weiterhin erstmal penny stock bereich zumal das auch noch ein problem darstellt das heißt dass wenn die aktien nicht innerhalb von 30 tagen wieder im bereich über einen dollar kommen dann kann wenn die aktien auch von der nasdaq delistet das heißt man würde in diesem fall dann tatsächlich ein unternehmen haben was dann eben gerade und weil es ein ausländisches unternehmen ist aus lux mit luxemburger eisen entweder im otc segment oder sogar ein pink segment abrückt das heißt man ist dann nicht mehr im regulierten markt drin und das ist dann oftmals auch ein verkaufsargument für viele andere investoren die dann eben sagen ich darf halt nur aktien handeln die an der nasdaq gehandelt sind wobei die meisten institutionellen sowieso schon draußen sind weil die dürfen nämlich keine aktien unter fünf dollar anfassen weil das per definition von der sec bereits penny stock sind also da muss man immer auch noch mal ein bisschen gucken bei aktien in den usa dass solche unternehmen erstmal gar nicht große institutionelle investoren mehr anlocken und das zweite punkt ist der hier könnte vielleicht noch mal ein aktien reverse split bevorstehen das heißt man legt dann eben was ich was jetzt hier 100 aktien zusammen damit man dann eben entsprechend wieder bei 16 dollar irgendwie notiert aber oftmals ist sozusagen dann auch der weitere kursverfall wenn sich eben operativ nichts ändert eigentlich schon vorprogrammiert so okay lion e-mobility wurde auch noch mal angefragt die kann ich auch gerne mal mit rein nehmen und dann genau e-mobility ein kleines schweizer unternehmen in dem bereich der batterieherstellung ja die sind natürlich zuletzt etwas stärker wieder angezogen man darf halt auch nicht vergessen es ist wirklich eine kleine würstchenbude also anders kann man sich formulieren der ganze laden hat eben glaube ich eine marktkapitalisierung von was hatte ich mir aufgeschrieben 8 millionen oder sowas also relativ klein 46 millionen doch ja aber trotzdem klein also eigentlich wirklich das ist in so seiten die jetzt einfach kaum sinnhaft in solche unternehmen zu investieren man darf halt nicht vergessen gesagt marktkapitalisierung was um 46 millionen jahresumsatz liegt ein paar millionen also irgendwas um 8 haben die glaube ich jetzt vor zu machen und also ja da fehlt mir so ein bisschen die wie soll man sagen die fantasie einfach um eben wirklich jetzt in solchen börsenphasen in solche unternehmen zu investieren das würde ich so ein bisschen in diese ähnliche kategorie reinpacken wie eben jetzt eine compleo klar sind die nicht insolvent aber das will ich damit auch gar nicht sagen aber es sind eben doch sehr sehr hardcore mäßige zocker werte werte noch nicht mehr aus der zweiten sondern eher aus der dreiten oder dritten oder vierten reihe und da gucken investoren nicht drauf und was ihr momentan oder was jeder braucht ist liquidität die großen investoren wollen eben eine große werte rein die gehen nicht in so eine kleine würstchenbuhen rein und das ist halt so ein bisschen der punkt deswegen ich werde immer vorsichtig wird da wirklich dann eher an der seitenlinie stehen bleiben und die eine oder andere chance mal vorbeistreifen lassen als jetzt hier wirklich bei solchem unternehmen entsprechend zuzugreifen viel zu schlechte chance risikoverhältnisse ist immer fraglich ob das alles funktioniert ich habe am anfang gesagt die südkoreaner momentan hier die hosen an gerade was amerika angeht in deutschland sind viele automobilhersteller einfach dabei selber eben die batterien herzustellen weil da die margen liegen warum soll man denn mit so einem kleinen unternehmen dann zusammenarbeiten also viele viele fragezeichen zu wenig ausrufezeichen deswegen bei lion e-mobility würde ich hier eher an der seitenlinie stehen bleiben so jetzt bin ich soweit durch ich hoffe ihr stand auch an der seitenlinie und habt mir zugehört ich bedanke mich dass ihr dabei wart wenn euch das format gefällt lasst einen daumen hoch da wenn nicht einen daumen runter schreibt mir gerne die kommentarzeile eure fragen anregungen kritik und wünsche rein ich nehme die mit spätestens für die kommende montags sendung ansonsten schaue ich mir natürlich auch gerne mal an was ihr für fragen im chat reingestellt habt beziehungsweise die meisten habe ich oder viele von denen habe ich auch beantwortet auch wenn heute mal wieder eine doppelung drin war klar wo novia ich kann es aber verstehen und demzufolge mehr kulper für diejenigen die dann in der zeit sich einen kaffee gemacht haben es ist halt wichtig eben auf solche situationen einzugehen ich bedanke mich dass ihr dabei wart wünsche euch alles gute und vielleicht hören wir uns nachher im börsenpodcast come on bergfest wieder da geht es natürlich auch wieder um die themen börse finanzen und natürlich die aktienmärkte macht's gut bis dann ciao ciao